Moin moin, heute zeige ich euch anhand eines Beispiels, wie man theoretisch jedes Spiel hacken könnte. Was für mein Beispiel jetzt anhand von Unreal Engine. Unreal Engine ist eine Game Engine, mit denen Spielentwickler ihre Spiele entwickeln. Ich bin in dieser Branche schon seit über sechs Jahren tätig und zeige euch jetzt einfach mal, wie man das theoretisch anstellen könnte. Genau, Fortnite, diese Fortnite-Version, die wir jetzt hacken werden, ist jetzt die Fortnite-2014-Version mit der Unreal Engine 4.16. Diese Version wurde damals ohne Packstore erstellt. Das bedeutet, dass keine sozusagen ZIP-Dateien erstellt wurden, die verschlüsselt sind. Und dadurch kann man die Spieldateien ziemlich einfach modifizieren und ersetzen. In neueren Versionen geht es natürlich auch, aber dafür sind größere Bemühungen erforderlich, beispielsweise diese Files zu entpacken und neu zu packen. Und dafür bräuchte man den Verschlüsselungsschlüssel. Es gibt einige Liga, die finden diesen Schlüssel in den Game-Files und benutzen den, um diese Files zu modifizieren. Dadurch sind den Private-Server und andere Sachen möglich. Außerdem gibt es dann auch noch Binary-Injector, die diese Files, die dann beispielsweise neuen Code, den bestehenden Code einfügen oder überschreiben. Und dadurch ist das Ganze überhaupt möglich. Wenn wir das Ganze jetzt anfangen wollen, braucht ihr einmal Fiddler. Fiddler ist eine HTTP-Auslese-Software, die aber auch Autoresponder einbauten. Autoresponder ist quasi, er guckt auf eine bestimmte Adresse und guckt, okay, habe ich dafür eine Überschreibung? Oder ist irgendwie in dieser Adresse, die gerade angekommen ist, irgendwie das hier beispielsweise vorhanden? Wenn das wahr ist, dann wird einfach ein anderer Wert zurückgegeben. Das Ganze ist nötig, weil die Fortnite-Alpha-Server nicht mehr online sind und somit halt nicht mehr, man kann sich nicht mehr einloggen. Wir brauchen verschiedene Regeln. Dafür ist einmal Profile-ID gleich Profile-0 brauchen wir. Und dann müssen wir einmal quasi diesen Pack, was ich in der Videobeschreibung verlinkt habe, müsst ihr einmal extrahieren. Und dann habt ihr hier einmal diese Files drin. Kopiert einfach die Pfade für jeden dieser Files und fügt es hier ein. Dann haben wir auch Word-Info, genau das Gleiche. Und dann haben wir einmal diese URL. Das ist Fortnite-Alpha-Hero-Cap-Account. Und das müsst ihr denn auf euren Localhost pointen. Der Localhost ist euer PC, also der Localhost Resolve quasi in der IP-Adresse 127.001. Das ist euer Loopback-Device. Das bedeutet so viel wie, es geht zurück auf euren PC. Und hier müssten wir dann auch einen Server hosten. Das geht ganz einfach. In dem Pack ist auch der Larven-Server mit drin. Den packt ihr einfach. Führt install-packages.bat aus und dann startet ihr den Server mit start.bat. Das Ganze sieht dann so aus, wenn es ohne Fehler startet. Und dann haben wir quasi den Setup für Fiddler schon mal fertig. Genau. So, das Ganze können wir dann quasi auch minimieren. Und dann können wir weitermachen. Ganz wichtig ist auch noch, dass ihr gegebenenfalls euer Antivirus deaktiviert, falls es sagt, dass die File Extreme Injector und die DLL, die hiermit inkludiert ist, Fortnite Tools und fortalpha.dll, falls es ein Virus ist. Und es sagt, es ist ein Virus, dann deaktiviert halt euer Antivirus-Software. Wir gehen jetzt einmal noch mal kurz durch die, durch den Server durch, beziehungsweise durch die DLL. Das ist ein SLN-Project. Das kann ich auch noch mal verlinken. Der GitHub-Source-Code ist öffentlich verfügbar. Wer jetzt einfach mal auf die Idee kommt und das ganze Fortnite einfach gern mal spielbar machen möchte, ich werde niemanden daran hindern. Aber einfach mal, um euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Grundlegend haben wir quasi einmal eine DLL-Init, die quasi diesen Thread erstellt und unsere Konsole entsperrt und die ganzen Offsets, also Offsets quasi, findet RAM-Adressen und überschreibt diese, die Werte, die da drin liegen, um den Code dann zu exploiten. Funktioniert mit jeder Engine-Version, soweit ich weiß, wenn das Anti-Cheat nicht eingreift. Genau, und das Anti-Cheat blockiert es meistens. Deshalb sollte es in neuerer Version einfach gar nicht mehr möglich sein. So. Einmal ist hier die UE4-Klasse ganz interessant und zwar das Find-Object. Find-Object returned quasi ein U-Object, also ein Unreal Engine-Objekt, anhand des Namens. Und hier wurde es auch virtuell erstellt. Die ganzen Klassendefinitionen sind eigentlich viel größer, aber das ist das Minimalistische, was man braucht, mit Pointern und so weiter. Und damit könnte man quasi eigene Funktionen definieren. Und hier könnte man mit Find-Object quasi, Function, Game, also quasi Entfahrt zu dem Spiel. Und dann kann man hier, das ist eine Referenz zu dem Currency-Widget beispielsweise, und hier könnte man quasi die ganzen Werte hier drin setzen. Und dadurch, wenn man genug schreibt und alles programmiert, dann könnte man einfach jede Version von Fortnite 3D-Welt beispielsweise spielbar machen. So. Und dann könnt ihr hier quasi eure Default-Game-Map setzen. Ich habe schon eine gesetzt für euch auf Zone Temperate Grassland, das ist quasi eine In-Game-Map. Und dann könnt ihr einfach direkt rumlaufen und losstarten. Dann könnt ihr auch mal noch auf Content gehen und kopiert einmal 1 zu 1 In-Game-Mode Actor und In-Game-Game-Mode 1 zu 1 auch hier rüber. Ich habe es da schon drin, aber bei euch wird es nicht drin sein, es wird einfach rüber kopiert. Genau. Danach seid ihr eigentlich so gut wie fertig. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch den Extreme Injector öffnen. Und hier hat Norton auch gesagt, das ist ein Virus. Nein, der Power-Ur-Racer soll nicht ausgeführt werden. Genau. Jetzt habt ihr einmal diesen Extreme Injector und dann habt ihr noch einmal Fiddler-Proxy.bet. Diese File ist auch ganz wichtig. Und zwar, die überschreibt, sagt dem Fortnite-Client, ey, hör auf, auf deiner normalen Adresse zu listenen und geh auf diese Adresse. Und Proxy ist dadurch, alle deine Verbindungen sollen jetzt dadurch geproxied werden. Was dadurch möglich ist, ihr könnt euch dann einloggen. So, das Ganze macht ihr dann einfach, indem ihr auf Binary, Win32 geht und einfach das auch einmal rüber kopiert. Wenn ihr das Ganze öffnet, dann startet auch die Fortnite-Version. Ähm, das dauert immer, weiß ich nicht, fünf Minuten. Diese Fortnite-Version ist echt sehr langsam und es dauert wirklich Ewigkeiten. Was auch ganz wichtig ist, solange der Startprozess aktiv ist, müsst ihr mit der Maus hier drin bleiben. Sonst könnt ihr dann später nichts irgendwie eingeben. Es ist ein Fehler irgendwie in dieser Version, aber macht es einfach. Ihr könnt euch währenddessen einfach den Log auf einen anderen Monitor ziehen und einfach gucken, was da passiert. Genau, wenn das Ganze dann fertig geladen ist, dann solltet ihr das hier sehen. Ähm, wichtig ist, klickt irgendwie nicht zwischen diesen Zeilen, sondern immer nur direkt in die Textbox, weil wir, das brauchen wir jetzt nämlich gleich. Genau, ähm, dann nehmt ihr auch einmal euren Extreme Injector her und selectet euren Prozess. Das Ganze sollte dann hier ganz unten sein, Fortnite-Client, und das selectet ihr dann. Dann fügt ihr quasi einmal beide DLLs hinzu. Einmal die Ford Alpha und einmal die Fortnite-Tools. So, wenn ihr das Ganze denn injectet, ich drücke jetzt auf Inject, dann seht ihr, was in der Konsole passiert. Und zwar jetzt. Wait. Und dann hat er irgendwie was nicht gefunden und so weiter, aber jetzt steht da, okay, now log in. Äh, wenn das Ganze denn fertig ist, dann gebt ihr irgendeinen Quatsch hier in das Passwort ein und loggt euch ein. Okay, das hat jetzt nicht geklappt. Ich muss das Spiel einfach nochmal neu starten. Der zweite Start des Spiels geht etwas schneller. Aber irgendwie, der Login-Button hier funktioniert nicht. Einfach dann Enter drücken, dann sollte es funktionieren. So, genau, ich bin wieder da. Ähm, jetzt klicke ich einfach nochmal auf Inject. Äh, gucke auf der Konsole, ob ich mich jetzt einloggen kann. Okay, kann nicht. Ich gebe unten Quatsch ein. Ich drücke den auf Login. Und er loggt sich dann ein. So, wenn das Ganze dann durch ist, dann verschwindet das Menü und das andere Menü lädt. Also, quasi das Ingame-Menü. Ich mache das Ganze einfach mal leiser. Das ist ziemlich laut. Und jetzt habt ihr quasi erfolgreich eine sehr alte Fortnite-Version gehackt. Ich weiß nicht, was ihr damit jetzt anstellen wollt. Aber macht damit, was ihr wollt. Ich, ähm, zeige euch nochmal eine andere, äh, Map. Das ist die Haupt-, äh, das Hauptmenü. Und das ist, finde ich, mit am besten. Wenn ihr denn die Maps ändern wollt, macht ihr einfach folgendes. Ähm, ihr geht einfach auf den Content. Dann sucht ihr nach Maps. Und dann habt ihr hier diese ganzen Maps. Ähm, ich nehme jetzt beispielsweise FortEntry. FortEntry ist das Entry-Level, beziehungsweise lädt dann halt auch einfach das Hauptmenü. Und da kopiert ihr einfach euch den Namen, ähm, geht an die Config, Default Engine, INI. Und dann editiert ihr einfach den Namen hier. Der Pfad war SlashGame, SlashMaps und dann einfach nur der Map-Name FortniteEntry. Und dann haben wir quasi auch die Map geändert und dann können wir das Ganze einfach nochmal neu starten. Ähm, der, wie gesagt, der nächste Start, also nachdem man das einmal geladen hat und es schon in Memory ist, dauert es nicht so lange. Ähm, es startet quasi sofort das Spiel. Genau. Jetzt sind wir auch schon drin. Ähm, hier haben wir unser Passwort. Ich gehe jetzt einfach mal auf Inject. Okay. Jetzt kann ich mich einloggen, was ich jetzt mache. Und einen Patch eingeben, einloggen und ich bin drin. Fertig. Jetzt lädt das Hauptmenü. Das dauert immer ein bisschen. Und im Log seht ihr tatsächlich auch, was für Fehler kommen. Und dann hat dieser Fehler, ähm, Meldungen könnt ihr extrapolieren, was ihr noch, äh, in der DLL hinzufügen, fügen müsst, wenn ihr programmieren könnt, um quasi das Spiel, äh, spielbar zu machen. Und hier haben wir quasi auch irgendwie diese ganzen Helden, äh, diese ganzen alten Menüs und das ist halt einfach, äh, pure Nostalgie. Lamas könnt ihr nicht öffnen, die funktionieren irgendwie nicht, aber hier haben wir quasi auch die ganzen Maps, Trine Peaks. Und hier könnte man, wenn ein Dedicated Server läuft, könnte man Enter Outpost drücken. Und dann würde quasi das Spiel starten. Das ist die alte Fortnite-Version. Ich hoffe euch, das hat euch, das Video hat euch halbwegs gefallen. Vor allem jetzt auch die, äh, deutsche Version. Weil ich hab das ziemlich halbherzig auf Englisch mal hingerotzt und jetzt einmal auf Deutsch, weil die Deutschen gesagt haben, hey, macht's mal auf Deutsch und jetzt hab ich's einfach mal gemacht. Jo, ciao.